guten morgen handycam real boots report der tag fängt schon super an ich bin auf dem weg den thomas abzuholen den kameramann jetzt streikt die karre hier ja jetzt schauen wir mal wie es weitergeht und wie der tag so verläuft ich werde mir jetzt gleich beim darius melden und dem bescheid sagen dass das auto kaputt ist es ist immer irgendwas ge immer ist irgendwas guten morgen thomas hast du gut geschlafen ja ich auch aber der kahn anscheinend nicht ich weiß gar nicht was ich machen soll ich mir jetzt mal jemand anrufen und fragen ob der mir ein auto leid weil der hier der schaltet nicht der was hat auch schon geschrieben ich habe meinen alten kollegen den floh an da sollen wir mal sein auto leiden und er muss halt sowieso nichts machen wenn du in der flur um acht leute anrufst am samstag macht er zieh in der reichshallung für gar niemand ja dann perfekt dann sagt mir bescheid dann gehe ich jetzt schon mit thomas vor und hole man scheinen kaffee und dann ja aufgrund dessen dass das scheiß auto jetzt kaputt ist kriegt der thomas jetzt hier so einen schlechten espresso eigentlich ja dann viel besseren verdient vom polcafé münchen von roberto aber auto macht ok also floh ist gerade dran floh kommt jetzt und bringt den audi das ist übrigens der floh hat eine schöne brille und einen guten hut so ist der funktionierende auto das ist das wichtigste ich weiß dass irgendwas ist um acht uhr und da an der karo die klammer also also das lenkt gerade menschen klammer schweizend du gut? im gut wie du man? im gut sorry für mich zu late man wie gut wie gut so first stop jim ja da du du das ist so unreal dass du hier und jetzt hier in munich du was unreal ist dass ich die erste Spiel des Spiels ja das ist das ist das ist das ist das ist das ist right before i came to the elf because i said a year i went to spain for three months oh it was spain because it was how do you call it las rosas las rosas yeah hello welcome to real boots report first english version i am dennis boots i'm the host and uh i'm english very good here is my first very guest hey what's up boots report so we have a day full of activities uh hope you follow us along make sure that you like comment and subscribe to the channel make sure that you watch every single video it's only going to get better and better from here but today is the boots report let's go i love the music in jim it sounds good, the car is broken i forgot my shorts for the english people today i train in long shorts also long pants there is you good what you doing today probably upper body i'm leaving my legs alone today because we're gonna be walking a lot though i'm not that smart but i stay with the schedule uh so we work out you guys can watch us or whatever you can do you can grab some food and eat ice cream while we're working out yeah listen to this dude to his music his last release was so awesome i was so attention this is not commercial this is really he don't tell me to say this why you breathing so hard though he tired already he just warmed he just warmed up what's wrong with you man you need some bassa take you out back so i can blow your mind got my crew with me that's the whole city city what the spanish girls show that ass in titties clap 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 baby mueve tu culo 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 baby mueve tu culo 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 let's go bro let's go bro let's go bro a left a left C'mon, c'mon, c'mon. C'mon. 5, 6, 6, 7, 7. One more, one more. Hey, Wester. Treppe man sie. So, war ich hier schon. Das kann ich dir jetzt sagen. Schau her, das ist der Edi. Das war 1900... Edi, wann war das? Was war das? 72. Kann man den Edi bitte anschauen? Der Edi hat Football mitunter nach München gebracht. Schaut sie mir her, das ist der Edi. Das geht ja wieder, Schau her, jetzt schaut sie mir das an, der hat Football nach München gebracht. Wegen dem spiele ich den Sport, aber zeig ich mir was dazu. Du hast mich jetzt geholfen, das müssen wir mal machen, wenn ich drauf vorbereitet bin, verstehst du? So, everybody's tired right now in the car. That's why we're going to a friend of mine. Pronto, Roberto! Wir sind auf dem Weg zu dir. Wir haben auf jeden Fall einen massiven Bedarf an Kaffee und ich hab immer noch Hunger. Hallo! Gelbutz gepoppt. Hier, ah! See, this is just how you get injured. Lying down, bro. Lying down, bro. Lying down, Boots. Lying down, Boots. See if you can block me. See if you can block me, Boots. I'm scared, bro. Why are you doing? Why are you supposed to be trying to camera? You see? I was trying to... What you trying to do? You gotta block me. You tackle on the end. You did the tackle. You see? You see? You see that shit? You see that shit? You see that shit? I tried to. Ah! Hey, you see that horse? Yep. I have a cowboy knee. You see that shit? You see that shit? How do I get on this horse? Left foot in and then jump over. Ah! There you go. You see? Jump on it. Let's do it. Riding my pony. My saddle. Lady. Coming. Jump on it. Woo! Alright, this is enough. Yo, Darrys. What you doing? You find your car? Huh? Yeah, bro. We're about to buy about 10 of these cars. And put it on his wallet. You know? Yeah, Instagram is paying. American football in Europe. This is what you can buy with your money. Yeah. We can show you what you can buy with American football money. Probably this one. He's playing in Europe since 2018. I've played in Europe since 2000. This is, we put all our money together and this is what we can buy from. I'm scheming these routes. There you go, bro. We make, man. We make, man. Mondays, he get it. Tuesdays, I get it. Wednesday, we got to rest it so it don't break. And Thursday, we do the same thing. Yeah, on weekends, we do rent it out sometimes. It depends on special occasions, October Fest. But it's still not paid. It's still not paid off, bro. I think, oh, maybe like 3,000 left. This is a car right here. This is a car. This is a car. This is a car. Somebody buy it. That's weed. Yo. Yeah. That's what Dutch Corning, 189,000 euros. Easy. You're playing the ELF, you know, say easy. Ain't nothing but a hell, no. There you go. Please take a look over here. These are the cars we can afford. I mean, you know. There you go. I'm like, shorty, stop it. I told the guy, can he save my soul from the Collins? I really love you, but I didn't mean what it's causing. I'm sweating demons coming out my pores like I'm jogging. Gotta stay clear, get plenty of chips, now I'm all in. Save yourself. I'ma go and make myself never feel full like the baker left. So many faces. So many places. So many places. I can't even make it up. Go to Roberto's place. Grab yourself a coffee. Especially espresso. And a pizza. And after a pizza, I'll get some sweet stuff. Ciao, I'm coming in this Boots report. And I present to Rebecca from Paul Cafe. She's driving on the road over there. Where are we? We're here in the showroom. We're usually selling machines. And our products are set here and sold out. This is our espresso bones. This is the strongest bones, the middle bones. This is our mild bones. This is the sweet bones. And this is the German coffee. Ich zeig euch jetzt ein bisschen so diesen Röstverfahren. Unser weißes Stück. Das ist eine Trommelröstung, das ist auch sehr wichtig. Das ist ein Alt-Röstverfahren. Und da sind die fertigen Kaffees drin. Genau, Kaffees rein. Da wird sie nochmal so zehn Tage bis 14 Tage gelagert, damit die Bohne sich auch ausruhen kann und die Bohne geschont wird. Was haben wir hier? Also hier hast du quasi die Rohbohne und von der Rohbohne den Verlauf bis hin zum Endprodukt. Also das ist quasi vorne in den Kasten reinschütten? Das kommt rein und das ist so quasi dann dieser Siloverfahren, Röstverfahren bis hin zum Schumpfverfahren. Und das wird das Ganze halt eben. Da haben wir dann die zehn Wochen. Da haben wir die zehn Wochen. Das ist so klasse. Das ist die Bohne. Du schmeißt hier oben und hier kannst du es. Das ist verrückt. Du kannst es nicht mehr über hier. Du kannst es nicht mehr über hier. Es ist neutral. Es ist neutral. Ja, es ist neutral. Es ist neutral. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Du siehst du das? Das ist verrückt. Ich meine, und das ist ein paar Wochen hier. Okay. Aber wenn es ist frisch, das ist verrückt. Oh, schade. Ja. Salute. Salute a tutti. Roberto, bitte sag den Abschlusssatz. Grazie che avete visto noi. Alla prossima. Lasst du immer weg. Es bleibt doch jetzt mal vor der Kameras. Ich muss gar nix tun. Ich muss gar nix tun. Du musst gar nix tun. No, un'altra version. Okay, andiamo. Du kannst per drei noch mal ein bisschen. Das ist richtig. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bitte abonnieren. Habt euch die Freude. Mein Name. Sobreite Monika. Pulcafé. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Kannst du doch selber gratis sagen. Aber wie sollst du auch italienisch sagen? Dieser Mensch macht mich fertig. Der ist schlimmer als ein Künstler. Salute a tutti. Grazie. A ciao.